hallo herzlich willkommen auf den glas da nur gaming und heute spielen wir mal wieder wie ihr sehen könnt eine runde menschen zu hr hamburg und ja wir wollen heute mal ein bisschen den job als polizist machen dazu fahren wir hier einmal eben hin so wir sind natürlich zivilpolizei jetzt können wir noch nicht zieht auch die uniform aus dass wir wirklich aussehen als wären wir ganz normal so gucken wir mal was wir hier holen ich glaube mal eher den hier oder weil wir lieber den hier holen wird halt mehr ps 90 90 100 hier von dem wir den hier so linker kennt er auch nicht okay wir wollen übrigens oder mein kollege will wieder einen neuen minecraft selber machen das heißt wir können dann wieder geil oblock spielen minecraft spielen ja genau das machen war ja hier ist aber niemand mehr drin so fahren wir mal weg so ja 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 würde sagen aber dass wir kurz zum adrc fahren und die farbe wender ändern wenn dann habe ich gerade gesagt oder was seid ihr okay er ist nix seit wann sieht man die namen nicht mehr perfekt übrigens das ist kein wo place oder sowas also mache jetzt hier nicht wo play habe ich ehrlich gesagt auch gar kein bock zu haben wir mal eben kurz mal der c so genau ja ja wir wollen auf jeden fall einen neuen minecraft selber machen wo wir dann ein bisschen spielen werden was wir auf jeden fall machen ist dass wir diesmal nicht teams machen sondern komplett alleine spielen und und wie ich denn hier und wir dann ja praktisch und alle zusammen irgendwie uns dann entweder treffen oder wir spinnen erst mal so ja das heißt wir rüsten uns erstmal ein bisschen aus das ist jetzt mal der plan davon ja so haben wir einmal kurz hin ändern wir auch gleich die farbe so effekt eingefahren machen die dieses ruf so machen wir mal weiß ja komm lass mal lass mal so ein weißes teil fahren so welcher ist denn das hier eigentlich in dem gelglas aber immer ja aber ja ja Bam. Ey, ich hatte ihn doch festgenommen. Ey, was für ein Rotz. Was für ein Rotz. Ja, fahr weg, du blödes blaues Kaka-Auto. War hier zum Jubiläer. Oder was ist hier passiert? Will ich das wissen? Nee. Ehrlich gesagt, will ich es gar nicht wissen. Bleib jetzt einfach hier positioniert. Bleib hier stehen, so. Warte jetzt einfach, bis hier jemand ankommt. Mal gucken, ob dann irgendwas passiert. Wenn nicht, dann nicht. Und wenn doch, dann ist es geil. Ich glaube, da ist sogar jemand drin. Dann kann er sein. Ich glaube, da ist jemand drin. Aber mal gucken. Super. Jetzt haben sie gescheckt, dass ich das bin. Ja, warte. Ich komme mit da hoch. Ja, ich bin Polizist. Moin 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 So Boah, war das Knobby, Knobknob Ich würde sagen, dann muss ich lieber an eine Tankstelle positionieren Ich fahre lieber zur Tankstelle Ich würde die nehmen So Ja, wir fahren einfach weiter Hier ist niemand Okay, dann fahren wir mal weiter, würde ich sagen Hier hat das Auto gerade so weggeschallert So Perfekt Perfekt, der ist mal ganz schnell weg hier Ja, ja, ja Wir könnten versuchen mal da hinzufahren Probier ich mal eben kurz Boah Fast geblitzt worden So Mal gucken, ob da irgendwas abgeht So 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 sag das war gut, dass ich hier gestoppt wurde so, ich würde mal sagen, ich werde mal hier kurz stehen ich fahre weiter haha, ich habe mir Tops genommen und die Schienen haben mich jetzt Tops genommen ja ok Leute, ich würde sagen wir beenden dieses Video hier auf dem Kanal wenn euch das Video gefallen hat, dann scannt, like, abo und kommentare schaut euch auf dem Discord-Server vorbei, das ist unten in der Videobeschreibung verlinkt freut euch auf jeden Fall auf das neue Projekt man kann es nicht ganz genau Projekt nennen, aber ja, freut euch auf jeden Fall darauf ähm, ja schaltet auf jeden Fall noch oder aktiviert auf jeden Fall die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst und jetzt habt einen traumhaften Tag haut rein, euer Sando tschau tschau